Hallo zusammen, ich habe etwas Angst vor dieser römischen Legion. Also eigentlich auch von diesem Tribot und von diesem Tribot. Und unten hat es noch einen Langschwertkämpfer. Den hat er jetzt irgendwie geupgradet. Hier war einmal ein Pikenier. Und ich habe hier einen Pikenier, einen Speerkämpfer. Und hier hat es noch einmal einen Pikenier, einen römischen. Und was macht er denn hier mit Composipo-Geschütze? Also wir sind eindeutig sehr, sehr schlecht daran, was die Soldatenanzahl anbelangt. Die müssen wir irgendwie hochbringen. Aber ich bin hier noch die Sixtinische am Bauen. Und das machen wir zuerst. Ja, ist gut. Danke, dass du mein Freund bist. Ist okay, mit deiner einen Stadt kannst du das machen. Du willst mir eine GoPro-Runde geben. Wie wäre es, wenn du mir zwei GoPro-Runde gibst? Dankeschön. Dann sind wir hier nämlich schon auf 42. Das ist doch gut. Und der soll da nur durch... Was? Mei! Du verdammten Sack, Augustus, du. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Der Sack will etwas gegen mich machen. Elende. Dreck. Elende. Ehm. Ohne Idee. Und bedeutende Niederlage. Natürlich. Jetzt kann ich doch nicht einmal mit dir durch. Ach. Das ist doch alles zum Kotzen. Ehm. Komm mal. Eines runter. Und jetzt schiessen wir zuerst auf... Ja, auf die, die am stärksten sind. Ehm. Ah. Die sind eben alle so stark. Eigentlich müsste ich dich runterknallen. Also wie komme ich nicht? Ähm, ja... Das sieht echt schitter aus. Ich knall mal die runter. Habe ich das weggeholzt? Sehr gut, dann holzen wir das nächste weg und das wäre da oben. Ja, komm, machen wir. Mit dir warte ich jetzt noch. Jetzt müssen wir erst mal die Produktion in Chiasso ankurbeln, einbrauchen, nämlich Kriegsschiffe. Wo sind denn meine Panzer? Hm, ich habe nur so die Kaleassen. Ah, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ah, dann geben wir doch noch mal so einen Frachter, weil die anderen zwei hat er mir ja jetzt gestohlen, den Sack. Und wir nehmen diese Verarbeitung. Dann haben wir da... Äh, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, ah, wow, an Quebec. Ja, ist gut. Äh, ah ja, dich. Ich wollte vielleicht noch 1 Retour ziehen, vielleicht bringt es ja noch etwas. Ich glaube zwar eher weniger, aber 1 ist sicher, dich muss ich jetzt upgraden. Äh, Ritterlichkeit. Ah ja, das ist gut, jetzt können wir reiten. Gut, du kommst mal 1 und schiessst auf den, einfach, dass du mal geschossen hast. äh, jetzt bräuchte ich aber ähm, eigentlich tatsächlich meine Armbrust zu schützen. Misch! Aber ich bin gerade so schön drin, die Sixtinische am machen. Ahhhh, das ist wieder etwas, du. Ahhhh, Sack, Semente! Äh, das ist praktisch. Äh, 1, 2, 3, das bräuchte ich da eigentlich gleich. Wo geht es da hin? Da hin geht es weiter. Ja, was will ich mit dem Feld? Äh, noch mehr! Äh, ich sehe es aber schon so, dass ich eigentlich jetzt zuerst den bräuchte. Ja, mach doch den schnell! Ähm, jaja, mach den schnell! Dann haben wir da immer noch unser Späher, den wir als, äh, Lockvogel da hinzuschicken. Einfach so, komm, mach das! Und jetzt, wieso? 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 Habe ich eigentlich da? Nein, bin ich überhaupt nicht geschützt. Oh, habe ich irgendeinen Spierkämpfer? Was machst du da? Geh mal da, rettour! Ah, warte! Äh, Salzburg könnte ich ja jetzt einnehmen. Äh, die Frage ist nur, mit was? Äh, in dem, dass wir mal in die nächste Runde gehen. Äh, schaut es aus gut. Ja, ich weiss, ich weiss. Das will ich nicht, das will ich nicht. Äh, du gibst mir 8 Gold pro Runde plus 10 Bar auf die Hand, dann kannst du das selber bei haben. Äh, nicht gut genug. Also, dann gibst du mir halt 5 Bar auf die Hand. Auch nicht gut. Dann gibst du mir halt 2 Bar auf die Hand. Ja, dann gibst du mir auch gar nichts Bar auf die Hand. Ah, du hast gar nichts. Du bist ja pleite, Madame. Du bist ja pleite. Aber dann brauchst du auch das Elfenbein nicht. Tschüss. Ähm, ah, äh. Oh, schau jetzt. Baumwolle gegen Elfenbein. Habe ich nicht so viele Elfenbein? Ja, ich habe tatsächlich so viele. Und Baumwolle könnte ich wirklich brauchen. Findet ihr einen guten, coolen Deal? Machen wir. Dann können nämlich meine Städte noch etwas wachsen. Ähm, ich müsste einfach schauen, dass ich teilen muss. Oh, komm bald, äh. Das wäre noch wichtig. Das hat doch nicht ganz funktioniert mit dem, ähm, 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 mit meinem Ableitungsmanöver. Ah, schade, schade. Ey, das Feld ist ja gar noch nicht bewirtschaftet. Mach da mal so einen Bauernhof drauf. Und du schiessst mal da drauf. Das. Dann, äh, du. Kannst zum Beispiel da drauf schiessen. Und dir zwei tauscht schnell den Platz. Und du machst da immer noch den Fliegenfänger. Äh, wir wählen eine neue Forschung. Gehen Richtung Metallguss. Und dann, äh. Ja, hoffen wir, dass der da bald kommt, oder? Ey, warte, da hat es ein neues Ding gegeben. Okay, äh, welches war das? Das hier? Ja, ja, das ist okay. Aber vielleicht... Wenn ich das nehme, dann ist es eben nicht mehr... Äh, komm, egal. Also, wenn ich mit dem Baden das hier nehme, habe ich eben die zwei Wissenschaftsbonus... Äh, Boni. Ich kann nicht mal mehr anständig sprechen. Die sollte ich auch abgeräten. Ich weiss, aber zuerst tun ich dich heilen. Ah, sehr gut. Ihr greift ja da an. Hey, ich komme auch gerade. Wartet nur, bis ich mich geheilt und abgeräten habe. Dann komme ich. Oh, schau, jetzt kommt da der grosse Prophet der Mayas noch zu mir. Äh, gut. Ihr habt da eigentlich gar nichts zu melden. Liebe Österreicher, wollt ihr nicht den Krieg erklären? Äh, fände ich noch eine coole Sache. Äh, weisst du was? Du kommst... Ah, ich könnte abgeräten. Du kommst... Äh, unwegsam... Mal eins, zwei, vorne. Kannst du von da... Nein, kannst du natürlich nicht. Also... Äh, komm jetzt da noch eins, vorne. Weil von da... Kannst du nämlich... Auf den schiessen. Wunderbar. Und du... Kannst auf... Äh, den schiessen. Weil der ist nahe bei der Stadt. Du holzisch das ab. Äh, dann dich. Wir upgraden. 70 St. Stutz. Meine Fresse. Ist das teuer. Ah, dann müssen wir doch zuerst eine Politik einführen. Ähm... Ja, das reicht natürlich jetzt wieder nicht. Weil ich Geld brauche für... Äh, es ist doch zum Kotzen. Ähm... Um 20 erhöht. Das ist natürlich schon auch gut. Äh, komm, wir warten noch mit den Goldgeschenken. Weil ich muss eh noch ein bisschen Geld sammeln. Also machen wir zuerst das. Jetzt sind wir ja da mit Melbourne wahrscheinlich... Äh, Quebec wahrscheinlich sehr gut. Oder? Äh, was haben wir? 133. 60. Das ist doch okay. Äh, warte, komm, gib mir mal die nächste Einheit. Da. Pikenir, du solltest vielleicht mal heilen. Wird dir gut tun. Dann, du könntest angreifen. Weiss aber nicht, ob das clever ist. Weil ich werde überall verlieren. Ausser da nicht. Aber wenn ich da angreife, dann kommst du da... Oder wollen wir da lieber... Äh, was machen wir mit Leif? Ah, scheissegal. Äh, wir haben ja da noch einen. Aber 70 St. ist einfach zu viel. Komm, geh noch einmal da rein. Und dann machst du mal einen auf. Pen-Tüte. Wo haben wir es? Nicht zu tun, da. Ah, Leertaste. Ja, okay. Haben wir verpasst. Nein. Ah, gut. Burkichi Menichi. Ist mir egal. In neun Runden muss meine Sixtinische kommen. Hey, der hat es überlebt. Wow. Geil. Sieh. Cool. Wir müssen weg dort. Das ist gut. Dann haben wir hier unseren Spielkämpfer, den wir upgraden wollen. Jawohl. Äh, der Pikenir ist gut. Den Frachter schicken wir auf... Wilfen? Nein, sicher nicht. Den schicken wir auf Kusil im Fall. Ähm. Ja. Kusil. Kannst du gehen. Wieso komme ich eigentlich nicht mehr auf Melbourne? Ah, weil da Salzburg dazwischen liegt. Hey, da muss ich aber wirklich gleich liegen schauen. Äh, warte. Was ist jetzt da? Ähm. Pen-Tüte. Äh, da. Bereitschaft. Ah. Aha. Äh, du. Magst den doch jetzt sicher, oder? Yep. Sehr gut. Also, dann können wir... Warte, 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 warte. Da... Oder da drauf schiessen. Nein, wir schiessen da drauf. Und kommen mit dir... Schnell da raus. Nein, der kann ja eh nicht da durch schiessen. Ah. Ah, aber du kannst da auch noch schiessen. Wunderbar. Mach doch das. Du kannst auch da heilen, nämlich. Sehr gut. Du bist ja geheilt. Du heilige Siege. Ähm. Dann kommst du mal da rüber. Weil vielleicht greifen wir mit dir noch da jeden etwas an. So. Giasso. Was kannst du denn jetzt machen, nachdem du das gemacht hast? Das ist eine Werkstatt. Finde ich gut. Dann, äh. Und gegen diese langen Schwertkämpfe. Da kann ich einpacken. Äh. Komm, bau dir Tempel. Äh. Oder nein. Mach eine Werkstatt. Und wir wählen natürlich noch eine Forschung. Was wollen wir? Stahl? Eigentlich wäre die für die Astronomie. Aber ich brauche etwas, wo ich schnell dazukomme. Anzahlen wollen. Äh. Wir nehmen. Äh. Physik. Wir wollen ja wissen, was passiert, wenn man etwas anstopst. Und welche Reaktion und welche Aktion folgt. So. Ähm. 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 Alles erfüllt. So, so. Gut. Äh. Ja. Das ist egal. Metallguss entdeckt. Gut. Gut. Das läuft ja doch. Komm ich da nicht schneller vorwärts? Äh. Geht nicht. Komm. Blende die Liste wieder aus. Wieso habe ich da noch eine untätige Bürger? Was läuft? Du musst dich da irgendjemand nennen. Äh. Dann geh doch du in die verdammte Schriftsteller Gild in dem Fall. Äh. Äh. Acht Runden. Äh. Und so sind es auch Acht Runden. Also kommt es nicht darauf an. Geh. 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 Mach ihm Schiller alle Ehre und schreib etwas über den Wilhelm. Weil er im Wald die Dörfer vom Kopf schiesst. Hey. Wie viele kommen denn da noch? Watch mich verarschen. What? Hey. Krass. Also der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Alle müssen weg. Hey. Alle. So. Geh da raus. Mach das. Dann du kannst endlich da hin. Dann Pikenir. Kommt. 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 Äh. Wenn du schiessst auf den. Jawohl. Dann du kannst. Wow. Kennen angreifen. Okay. Ja. Aber dann bleibst du einfach dort stehen. Das macht nichts. Äh. Weisst was. Ja. Ich glaube. Ich brauche. Ich brauche mehr Einheiten. Äh. Die geht schnell. Ey. Wieso wachst du denn so langsam? Du hast doch hier ein super geiles Teil bekommen. Ähm. 15 Runden brauchst du bis zum Wachsen. Das geht gar nicht. 13. Ah. Eieieiei. Aber so hätte ich eben das in 2 Runden. Nein. Ja. Es geht auch 3 Runden. Ja. Dann machen wir das so. Oh. Ein Leuchtturm bräuchte ich da unbedingt. Okay. Ähm. Ich bin nicht sicher ob ich da wirklich die Werkstatt machen möchte. Geh mir doch lieber nochmal so einen Pikenir. Oder. Nein. Noch einmal so einen Armbrust schützen. Jetzt habe ich natürlich vergessen. Was habe ich vorher gemacht? Der Tempel Knight wäre statt. Ja. Er kommt zwar nicht darauf an. Ähm. Zurück. Nächste Runde. Ich denke da wird es nicht mehr lange gehen. Hey. Also wenn ich... Däle mo kann verteidigen. Bin ich also wirklich eine gute Strategie. Ah. Da fightet es. Nice. Ist gut. Sie sollen nur fighten da. Wieso komme ich jetzt da nur mit einem Schritt näher an? Weil wir auf österreichischem Gebiet sind. Du machst auch das. Aber dann schiessen wir jetzt den da noch ganz ab. Bitteschön. Yes. Und den mögen wir auch. Aber den mag ich dann wahrscheinlich auch. Ähm. Aber das Risiko gehe ich ein. Ja. Das gehe ich ein. Weil der hat mich einfach gestresst. Der muss weg. So einfach geht das. Jetzt gehen wir aber Richtung Astronomie. Weil sonst haben wir... Wir haben ja schon alles aufgeholt. Ähm. Mit der Astronomie könnten wir nämlich... Ja gut. Nein. Kommt. Wir gehen richtig stahlisch. Nächste Runde. Oh. Ich habe den Resten gar nicht gelesen. Was war der Resten? Etwas Wichtiges? Ich hoffe nicht. Das Wichtige ist. Baden wächst. Und je grösser die Städte werden, desto besser. Äh. Da sind wir ja auch schon bei 10. Wow. 21. Krass. Ähm. Wie kommen wir jetzt denn da hin? So. Gut. Da haben wir wieder einen Armbrustschützen. Äh. Du gehst lieber wieder durch. Äh. Scheisse. Ich hätte da hin sollen. Dass ich mit dir hätte da hin können. Aber ja. Zu spät ist zu spät. Äh. Auf wer schiessen wir? Auf... Ja gut. Du bist keine wirkliche Gefahr. Du bist die Gefahr. Und mit dir schiessen wir... Ja. Auf dich. Das ist okay. Äh. Ich könnte höchstens noch den Platz tauschen. Damit du überlebst. Das wäre noch so ein... Ja. Überlegig. Was? Da hat schon Musketeers. Wow. All right. Äh. Ist mir noch ein Zeissen. Da machen wir noch nichts. Äh. Was? Schon wieder nächste Runde. Ich kann eigentlich nichts machen. Das Barbarenlager entdeckt. Wer interessiert das? Ist doch am anderen Ende der Welt. Ähm. Ja komm. Wir gehen einfach in die nächste Runde. Und schauen was du machst. Wirst du da überleben? Liebe Spänhörer. Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir wieder etwas zum Fetzeln. Zum Fetzeln. Da müssen wir irgendwie schauen, wie wir fetzeln. Ähm. Da machen wir sicher mal den fertig. Ah. Da komme ich gar nicht. Ah. Mist. Ich komme da gar nicht hin. Äh. Geben wir mal hier. Überhalt wieder. Äh. Du hast. Was für eine Reichweite. Du kannst nur bis zu dem oder bis zu dem. Oder bis zu dem. Aber du machst den fertig. Nein. Du machst den nicht fertig. Ich glaube ja nicht. Ah. Krass. Äh. Ich tue jetzt dich abgereiden. Komm. Ist egal. Ich habe jetzt das Geld. Äh. Dafür kommst du noch hier runter. Äh. Dann hast du das gemacht. Kannst du das machen? Das ist gut. Hey. Der Pakal geht ja Vollgas. Da. Äh. Du kannst in die Stadt kommen heilen. Da geht ein bisschen schneller. Dann haben wir. Kiasso. Ich bräuchte meine Kriegsschiffe. Wo haben wir sie? Ich mache jetzt aber zuerst den Leuchtturm. Renaissance. Ähm. Wie sieht es denn da aus? Wie gefördert bin ich? Ja. Das geht schon. Das halten wir aus. Jetzt haben wir ja dann gerade den Stahl. Aber etwas interessiert mich noch schnell. Wer hätte jetzt da Wissenschaft wollen? Byblos. Wie gut sind wir? Liegt die Inführung mit 5 Technologien. Sehr gut. Und da kommt ja gerade noch eine. Da sind wir bei 6. Aber du hast nur Perlen. Gut. Äh. Immerhin etwas. Äh. Da sind wir gut. Wie gut ist Melbourne? 66. Mit einem Geschenkli. Kommi. Hahaha. Nie einen nennen. Okay. Nächste Runde. Kommi. Ich baue die Sixtinische. Ich will einfach die Sixtinische haben. Und dann kann ich die Welt aufräumen. Und kulturell revolutionieren. Jetzt kommt da schon wieder so ein blöder Langschwertkämpfer. Was läuft? Was? Was? Hilfe. Hilfe ist jetzt verbündet mit Rom. Was? Sicher nicht. Ja. Gang runter. Äh. Hast du das da schon gemacht? Wow. Du bist ein schneller. Tiefiger. Sehr gut. Wieso haben wir da eigentlich noch nichts? Ah. Das gefällt mir nicht. Äh. Du gehst gleich mal da hin. Dann kannst du. Ja. Du solltest eigentlich eigentlich. Ah. Okay. Äh. Du. Man schiessen runter. Jetzt gehst du wahrscheinlich da rüber. Wenn der dann mal weg ist. Ja. Finde ich einen guten Plan. Äh. Eben. Wie weit kannst du schiessen? Du könntest den abschiessen. Oder den. Aber eigentlich ist es mir lieber wenn der weg ist. Ja. Dann wählen wir natürlich die nächste Forschung. Aber jetzt muss ich schnell schauen. In welche Richtung das wir wollen. Die Chemie. Nein. Eigentlich möchte ich da richtige Industrie. Dann müsste ich übers Bankwesen gehen. Also tun wir zuerst das machen. Wo wir berühmt sind dafür. Als Schweizer. Ja. Das wissen wir. Äh. Rom ist verbündet. Wir sind aber so friedlich. Dass die uns natürlich gleich wieder den Frieden angeboten haben. Oder? Also mit mir kann niemand Krieg führen. Äh. Wir wollen den Zara Tourismus. Aber so weit kommen wir gerade nicht. Ich möchte Melbourne. Ich möchte Melbourne auf meine Seite bringen. Aber wir gehen jetzt erstmal in die nächste Runde. Und hoffen, dass niemand die Sixtinische baut in dieser Zeit. Ähm. Ich müsste vielleicht nachher nochmal schnell auf Wien schauen. Wie es dort so aussieht. Äh. Ah. Ich glaube das Theater. Okay. Das ist mir egal. Ähm. Da kann ich nur eine schiessen. Oh. Da muss ich auch wieder retour. Das ist gar nicht gut. Äh. Salzburg. Ja. Greift an. Greift an. Ah. Machen sie fertig. Äh. Ich komme mal. Da hin. Weil von da sehe ich es auch. Äh. Dann äh. Bist du da im Wasser. Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Zeig mal. Äh. Kann ich da etwas kaufen? Was? Ach der Udine. Ich würde aber am liebsten das Feld haben. Wobei das wäre auch cool. Wie teuer ist mir denn das ganze? 60, 60, 60, 60. Äh. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Du wartest einfach dort. Äh. Das bringt fast nichts. Du. Kannst. Den abschiessen. Aber nicht ganz schade. Äh. Du kannst. Aber. Mit dem könnten wir doppelt beschiessen. Weil du hast eh keine Chance. Und wirst wahrscheinlich innen angreifen. Äh. Komm. Wir machen den platt. So. Dann äh. Ist mir das eben nicht zu kür. Dass du da hinkriegst. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich wollte da hinkriegen. Wie machen wir denn das? Äh. Ich will da hoch. Hm. Komm. Was können wir denn da in Kiasso produzieren? Ein Schrein? Oder eine Uni? Oder ein Galeasse? Oder noch mal ein Frachter. Wobei der bringt mir momentan nichts. Ich glaube ich muss noch so einen Langschwertkämpfer haben. Hast du eigentlich eine Kasenne? Zeig mal schnell. Nein. Du hast keine. Komm. Mach zuerst die Kasenne. Einfach, dass wir die auch haben. Äh. In Rom hat es die gegeben. Sehr gut. Äh. Jetzt solltest du schnell schauen. Wien. Äh. Ja. Ich wünsche euch viel Glück bei einem aktuellen Konflikt. Was kann ich für euch tun? Äh. Wie wäre es, wenn ihr mich unterstützen? Die Handel zum Beispiel. Ich höre. Wenn du den Krieg erklären gegen den Augustus. Äh. Ich gebe dafür alle meine Sisen. Also fünf. Das wird länger. Aber dafür alle meine Rösser. Äh. Gewisse. Es gibt keine Möglichkeit. Ja. Dann. Verpiss dich. Okay. Äh. Einheit benötigt. Befehle. Ich weiss immer noch nicht, was ich mit dir machen soll. Weil ich hierher wollte. Heile. Mmmmmm. 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 Wenn ich schiesse. Du bist eben stärker als ich. Das wird heavy. Aber dann muss ich wieder ganz flüchten. Wobei du weisst. Du weisst. Du kannst mir eigentlich nachkommen. Das ist mir eigentlich egal. Oh. Äh. Ich gehe mal hierher. Komm. Und du. Gehst dort. Gehen. Heilen. Jawohl. Das ist gut. Machen wir. Oh. Jetzt wollte ich ja gar nicht die nächste Runde. Das habe ich automatisch gemacht. Mist. So läuft es manchmal. So läuft es manchmal. So läuft es manchmal. Also komm ins Spiel noch die nächste Runde. Weil es geht eh noch zwei Runden bis die Sixtinische kommt. Und sehr gut, dass du da wieder an Land bist. Da können wir jetzt. Jawohl. Sehr gut. Eins runter. Nein. Eins vorne. Äh. Fortschrittlichste. Was? Wir sind nur da hinten. Was läuft überhaupt? Wieso greifst du jetzt mich an? Du bist doch ein Vollidiot. Du musst nicht mich angreifen. Ach Mensch. Jetzt muss ich da noch einmal hinterher heilen. Also gut. Ähm. Jetzt. Was läuft? Ähm. Angreifen kann mir eigentlich nie mehr. Ausser die R. Der. Und er. Also gehen wir auf der. Äh. Du hast das gemacht. Wunderbar. Du kommst da hin. Du wartest. Du kommst mal. Zwei vorne. Kommt. Das ist okay. Schiessisch. Jetzt haben wir aber sicher noch einen, der schiessen kann. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Äh. Du heilst. Äh. Dann. Dann. Schauen wir was wir da abschiessen. Der oder der. Ich bin eigentlich jetzt für den. Weil der so schön offen ist. So. So. Also. Jetzt lassen wir es aber dabei. Echt. Äh. Warte mal. Ich schaue noch einmal schnell wie Melbourne. Was? Jetzt bist du verbündet. Mann. 88. Ja gut. Du hast auch Geld wie Heu. Ah. Auch nicht mehr. Aber du machst 75 pro Runde. Krass. Krass krass. Kann ich mit dir noch irgendetwas handeln? Habe ich überhaupt irgendetwas zum Handeln? Ah. Das sehe ich einfach da nicht. Ah. Das ist zum Kotzen. Äh. Wo sehe ich das? Ressourcen. Ressourcen. Siege. Legion. Ratschläge. Blablabla. Wirtschaftsübersicht. Da. Ähm. Ressourcen und Zufriedenheit. Ich habe. Was für Luxusgüter. Silber und Kupfer. Lokale Stadt. Ja. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Ja. Ein Naturwunder ist entdeckt. Wow. Was? Schwierigkeitsgrad. 9. Hm. Okay. Äh. Äh. 2 sind wir am Exportieren. Äh. Brauchst du vielleicht noch etwas Elfenbein? Ah. Mit dir habe ich schon Elfenbein gekauft. Ja. Okay. Also zurück. Ist gut. Sorry. Sorry. Ist okay. Ich nehme nicht an, dass du gegen den Augustus in den Krieg treten willst. Schau mal bei dir. Nein. Du hast den Kupfer. Ah. Aber du hast kein Geld. Und nichts. Und du willst mein Elfenbein nehmen, weil du es schon hast. Okay. Also ist auch nichts. Es sieht wirklich so aus, Maria Theresias. Als würde ich mit dir... Ah nein. Nicht besprechen. Ich will etwas handeln. Ja. Als würde ich dir das Elfenbein hier antreiben. Sagen wir für... Acht Gold pro Runde. Komm. Tschüss. Das ist okay. Äh. Weil jetzt haben wir wieder Plus 35. Und mit dem kommen wir ein Stückchen vorwärts. Aber da... Yeah. Da... Brauche ich also schon noch etwas Glück, wenn ich das überleben will. Aber... Da kommt es gut. Da kommt es gut. In der nächsten Runde dann. Darum... Danke vielmals, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist es das nächste Mal auch wieder. Wenn wir Kulturrevolution starten. 2018. In dem sehen. Cheers. Halleluja, Salz. 짧 sp... 써